herzlich willkommen zurück zu minecraft tag it light jawohl hier wird noch mal so ein struktur ding ins bumsen gebaut wir sind ja immer noch dabei eigentlich so ein me system zu bauen und jetzt gucken wir einfach mal was wir jetzt noch so brauchen oder was wir schon haben wir haben ja das ding den goldenen chipsatz nehmen wir mal mit nehmen wir mal mit nach unten und zwar nun packen wir mal hier mit rein enable danke so me nein ich nie crafting terminal das brauchten wir dafür braucht mir das silikon rotstein und das was haben wir hier im silikon wir haben rotstein und wir haben das brauchen wir das gleich handwerk okay dann war das so 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 so dass wir so verstehen storage zähl aber das in der mitte die werkbank haben wir glas haben wir und jetzt brauchen wir das access terminal und dafür brauchen wir das und dafür brauchen wir noch mal das und dazu sage ich einfach mal was bist du hier elektronik links bumsen okay und da zeige ich jetzt echt shit denn das kann schon wieder lang dauern jetzt ist es auch nicht so leicht an noch mehr diamanten zu kommen wenn ich das kannst du mir danach bauen dann machen wir diamanten für noch mehr laser komme ich erst mal nicht das ist blöd das ist sehr bescheiden das ist einfach mal grad so ein terminal oder das ist jetzt das access terminal geht wenn ob man im chest bräuchte ich auch das ding okay ich brauche definitiv mehr energie ich musste definitiv mehr laser bauen was so für heißt wie ich brauche definitiv mehr diamanten aber kohle das ist jetzt alles nicht so leicht für mich ach ja wie sieht denn die sicht unter wasser aus da sehen wir nicht wirklich mehr am tag vielleicht am tag werden wir vielleicht mehr sehen so wie machen wir das so oder bauen wir erst mal eine fabrik weiter vom aussehen hier aber das ist das hilft mir halt alles nichts ich brauche halt meine diamanten dann blöd 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 ach da hätte ich auch noch struktur röhrchen na guck an die nehme ich mal mit nach oben wie viel diamanten brauchte ich noch mal für eine zweite quarry ist jetzt aber auch nicht wichtig denn eine zweite quarry kann ich mir nicht leisten vom hitze mäßig kollegen 200 noch okay bei 300 schalte ich sie aus von der kapazität her glaube ich nicht dass ich die stemmen könnte erstmal ich muss mal überlegen so eine black hole chest ja kann unendlich items lagern das problem ist die kostet zwei diamant blöcke das heißt 18 diamanten allein jetzt die kiste das ist etwas was man investieren sollte für ein unendliches lager aber es ist halt zu teuer und ich weiß jetzt auch nicht ja wenn ich jetzt hier meine ma system habe kann ich dann da einfach so meine quarry anschließen zack das geht dann da raus sortiert mir das dann vielleicht auch noch ein oder geht das dann oder muss ich dann ständig hochlaufen das manuell sortieren kann ich dann noch einen zweiten anschluss irgendwo unten machen wir was in dasselbe system rein speist das sind so fragen mit denen ich mir noch nicht auskennen sage ich jetzt mal deswegen ja sehen wir mal was das so wird wird ich bin verwirrt zack 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 so jetzt erstmal wieder nach oben und hopps na komm eins zwei und ja so jetzt sind wir hier ein dach drüber hoppsala no ok egal jetzt sind wir das dach eben von unten dran das geht ja auch hoppala na komm so und blick auf die ur sieben minuten alles klar hopp 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 öbidi 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 öb öf öf So, ich mach mal weiter, tschak, tschak, ja, na komm schon, so, jetzt wird es langsam wieder hell, sehe ich gerade, ich bin sehr gespannt, wie wir das Problem mit den Diamanten lösen, ich kann natürlich, kann ich jetzt schon wieder runter gehen in die Mine, was ich auch wahrscheinlich wer also tun muss, ich meine, es gehört dazu zu farmen, ja, aber wir sollten mal gucken, dass wir irgendwie farmen, effektives farmen, und ich sollte mal einen anständigen Weg ich sag mal ein bisschen Eisen, ich glaub, ich geh mal Eisen farmen, und werde mir dann mal einen Untergrundtunnel, sag ich jetzt mal, einrichten, eine U-Bahn bauen, die was mir dann zu meinen Strip Mining Gebieten bringt, ich könnte jetzt auch hier generell einfach mal nach unten bauen, hier irgendwo in den Keller, und mir dort ein Strip Mining Gebiet anlegen, so, und schon stehst du, warum geht hier so viel Licht rein, hier durch, hier geht so viel Licht drin, wie kann ich euch verdunkeln, hier geht auch, also ne, hier sieht man das bloß von unten durch, das sieht so seltsam aus, aber gut, und hier, klar, wegen Fenster, sprich, so, Moment, jetzt legen wir mal hier, ihr kommt mal hier rein, so, dankeschön, wenn ich mir jetzt, ach ja, so sieht das übrigens am Tag aus, das Wasser, also ich finde hier so den Übergang hier, dann finde ich noch ein bisschen zu gerade, wenn ich ehrlich bin, aber, hat schon Style irgendwie, aber mir gefällt es, ah ja, Gummi geht nach oben, das sind die Diamantleitungen, interessant, interessant, na, lass mich mal kurz hier hoch, hallo? So, jetzt habe ich die Steine abgelegt, oder? Ja, gut, ich weiß schon, wie ich das hier verdunkeln kann, ach, das ist so schön, dass das wenigstens funktioniert, hier darf ich nicht rein, und hier habe ich mich jetzt ausgesperrt, ach, kacke, immer einmal außenrum, nio, jump, ach, nicht geschafft, so, quasi, wir sind hier, jetzt ist natürlich die andere Frage, was ich mir jetzt gerade stelle, ist, wo geht hier die Leitung durch, die geht hier straight durch, was so viel heißt, wie, ich kann hier eigentlich dich noch fällen, dich, so, und dich machen wir weg, äh, Äpfel kann ich auch mal schroten, jawohl, dann bauen wir hier einen Schacht, der nach unten geht, und zwar, wie? Tief, okay, das sehen wir aber gleich, ähm, ich werde mal kurz hier die Dinger schroten lassen, denn der läuft hier gerade nicht, kann ich dich nicht hier in so eine fucking Warteschlange tun, ach, man, ich kann euch auch einfach hier ins Wasser werfen, ui, weg, tschüss, Apfel, so, ich brauche jetzt normalen Cleanstone erstmal, plöps, nehme ich mir mal ein Stack mit, so, 3, 4, 5, so, das wäre hier dann der Gang, dann ein Gang, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, jetzt, 3, 4, hier, Moment, das wäre dann so, hat man hier nochmal weg, also, ich könnte jetzt hier natürlich nach unten gehen auch, aber ich könnte hier natürlich auch einfach nach unten fahren, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich mir hier einfach so eine Bahnstation nach unten machen, wäre, die ist mir jetzt hier gerade auch ein bisschen zu, na, ich will hier rein, wenn es eine Bahnstation wird, dann wird die hier so werden, dann kommst du nochmal weg, so, und noch ein bisschen länger wird sie dann, und zwar so, ich glaube, so, ich glaube, so mache ich das, wir bauen hier eine Bahnstation hin, auf die Ebene 13, auf Ebene 13, eine Bahnstation, Leute, oder erstmal so die Schienen, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das so machen, so, hier haben wir hier drin viel zu wenig, so, und ich würde sagen, wir beenden hier erstmal die Folge, wir sehen uns in einem, alter, und wir sehen uns in der nächsten Wieder, also, tschüss. ARD Text im Auftrag von Funk